Ich glaube, bei so einem Spiel braucht man kaum Motivation. Da wird es abgehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Jetzt wollen wir natürlich unsere Form gegen Schalke bestätigen lassen. Wir wissen, so wie das Konstrukt ist, es hilft uns nicht, dass wir elf Punkte vor sind in der Meisterschaft, sondern alles wieder auf Null gestellt. Damit kommen wir klar und wir müssen jetzt zeigen, dass wir über zwei Spiele besser sind. Schalke ist natürlich noch etwas Besonderes. Ich habe jetzt auch schon ein paar Derbys gespielt. Da kribbelt es dann vielleicht schon mal noch ein bisschen mehr. Wir hoffen jetzt wieder auf eine sehr, sehr gute Unterstützung von unseren Fans. Und dann kann ich dann auch versprechen, dass wir auf jeden Fall alles rein haben, was wir haben. Mal! Ja, hast du raus? Mal! 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 Mal!